FeierTV ist einfach eine sehr stabile Plattform für uns. Das heißt, die App läuft völlig reibungslos und das ist auch das, was wir von unseren Nutzern zurückbekommen. Gerade im Bereich Live- und Archivabrufe, da ist natürlich für Konzertgenuss wichtig, dass die Wiedergabe stabil ist. Da ist FeierTV eine gute Plattform für die Digital Consult Hall. Es ist nicht nur eine technische Unterstützung, es ist für uns auch eine ganz wichtige kommunikative und Marketing- Unterstützung. Für den Erfolg der Digital Consult Hall ist es natürlich essentiell, dass wir genügend Kunden finden oder auch umgekehrt, dass die Kunden uns finden. Da helfen solche Präsenzen wie die auf dem FeierTV Stick natürlich wahnsinnig, denn das ist ein Gerät, das unheimlich viele Menschen anspricht. Viele Menschen werden über dieses Gerät überhaupt erst erfahren, dass es uns gibt und im besten Fall, wenn sie sich für klassische Musik begeistern können, werden sie dann auch unsere Kunden. Unsere wichtigsten Märkte sind natürlich Deutschland für ein deutsches Orchester, aber auch Nordamerika. Deswegen ist es für uns auch besonders gut und wichtig, dass in diesen Ländern FeierTV jetzt auch präsent ist.